Moin Moin zusammen, hier ist der Trill und heute Nacht gab es ein C2 Update. Wenn ihr mein Update Video dazu noch nicht gesehen habt, ich habe ein sehr detailliertes Video zu dem neuen Update gebracht, dann schaut mal in der Videobeschreibung vorbei, da kommt ihr zu meinem Hauptkanal, wo ich ein Video zu den ganzen Changes gemacht habe. In diesem kleinen Video auf dem zweiten Kanal geht es um meine Reaktion zu der neuen Kiste, die wir bekommen haben, die Kilowatt Kiste. Da habe ich mir heute Nacht eine für 9 Euro geholt und ich wollte das diesmal so ein bisschen splitten, dass im Hauptvideo nicht so viel Fokus auf die Skins sind, weil das immer so viel Gesabbel ist. Deswegen machen wir es hier heute auf dem zweiten Kanal und wir quatschen mal über die Skins, die wir in dieser Kiste haben. Gleich vorweg, wir sehen ein ganz neues Design bei der Kiste. Ich denke mal, die zukünftigen Kisten in C2 werden auch diesen Formfaktor haben. Also das ist schon mal neu, finde ich optisch ganz ansprechend. Und jetzt schauen wir uns im Detail nochmal die ganzen Skins an, weil ich habe mir die auch noch gar nicht so genau angeschaut. Wir fangen hier einfach mal mit dem blauen an. Erster Skin, Dual Berettas Hideout. Ihr könnt mir auch mal sagen, was ihr dazu meint. Das sind auf jeden Fall alles Community-Made Skins, die wir hier haben. Die blauen Skins sind natürlich immer so ein bisschen schlichter als die Skins, die danach kommen. Dual Berettas Hideout. Haben hier so ein paar Farbklecks drauf, finde ich aber irgendwie auch passend zu den Dual Berettas. Ist okay. Dann haben wir die Mac-10 Lightbox. Ich bin der Meinung, die habe ich mir mit euch auch mal angeschaut. Ich habe ja vor einer Weile mal, ein paar Monate ist es her, ein Video zu coolen Workshop-Skins gemacht. Wo ich dann so ein paar Skins gezeigt habe, wo ich predigt habe, welche davon vielleicht ins Game kommen könnten. Und die habe ich definitiv gezeigt. Weil hier hinten dieser Effekt ist der Effekt, den ich bei meinem alten PC-Tower hatte. So ein Infinity-Effekt. Und da hatte ich glaube ich auch gesagt, dass die cool ist und dass ich die gerne im Game hätte. Das war auf jeden Fall eine von denen. Finde ich für einen blauen Skin persönlich sehr, sehr geil. Also wirklich wunderschöner Mac-10-Skin. Ich mag es, dass es so schlicht ist. Die Farbkombination mit dem Lila finde ich cool. Vielleicht hole ich mir die sogar, wenn die Preise dann ein bisschen gedroppt sind. Also ich werde jetzt natürlich einen Teufel tun und jetzt hier fett Skins shoppen. Solltet ihr auch nicht machen. Die Preise, die fallen natürlich enorm. Ich werde auf dem Hauptkanal die Tage auch nochmal ein Unboxing-Video machen, wo ich ein paar der neuen Kisten aufmache. Aber da warte ich natürlich auch noch ein bisschen, dass die Preise fallen. Aber langfristig, denke ich, könnte die sogar in meinem Loadout landen. Und das ist nur ein blauer Skin. Also ich finde die geil. Mac-10 Lightbox. Weiter geht es mit Manova. Der Dark Sigil. Das Sigil habe ich doch irgendwie schon mal gehört. Gab es schon mal ein Skin mit diesem Pattern? Da bin ich mir gerade nicht sicher. Optisch passt das natürlich auch extrem gut zur Nova. Erinnert mich so ein bisschen an Hans-Showdown, das Design. Hier hinten haben wir so ein Pferd drauf mit Reißzähnen. Ja. Ihr wisst ja, wie das bei mir ist. Ich mag eher so bunte und ausgefallene Skins. Der wäre mir ein bisschen zu schlicht. Aber das ist definitiv passend zur Nova. Wir können uns das hier auch mal so angucken und das ins Becken. Kann man machen. Ist ein ganz cooler Nova-Skin. Irgendwie der Inspekt bei mir ein bisschen laggy, merke ich gerade. Zum Glück ins Becken war man nur. Dann haben wir eine Scout. Disaster. Sehr schlichter Scout-Skin auch. Aber für einen blauen Skin finde ich den auch cool. Mit den Formen hier. Die Farben passen sehr gut zusammen. Das helle Blau mit dem Rot hier am Scope. Wirkt sehr modern. Würde ich jetzt nicht tauschen gegen meine Blood in the Water. Aber hässlich finde ich die auch nicht. Also auch für einen blauen Skin finde ich für einen Budget-Lowdown absolut geiles Scout. Gefällt mir auch. Tech9 Slack ist die nächste. Die wiederum finde ich... Ja, wie finde ich die? Ich mag den Effekt hier nicht so ganz. Dieses Gerillte. Slack ist ja bei Schweißnähten das Zeug, was man abklopft. Also nicht die Schweißnaht selbst, sondern dieses schwarze Zeug, was da manchmal dran kleben bleibt. Die Schweißnähte selbst finde ich sehr cool hier drauf. Oben drauf und hier vorne. Eine sehr schlechte Schweißnaht, wenn ich das so sagen darf. Sieht zumindest so aus. Das finde ich ganz cool. Aber dieser Effekt mit dem Geriffelten hier finde ich nicht so cool. Alles in allem sehr, 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 sehr schlichte Tech9. Ja, was meint ihr? Das erinnert mich so ein bisschen an so einen 3D-Print-Effekt hier. Also der graue Part. Den mag ich nicht so. Oben mit den Schweißnähten finde ich cool. Ist auch wirklich schön und schick umgesetzt. Wäre für mich jetzt von den blauen Skins aber die schwächste. Die wiederum im Vergleich extrem krass. UMP Motorized. Die sieht irre aus. Also nochmal, das ist, das ist, alles was hier so 3D aussieht und tiefer hat, ist ja nicht da. Das ist alles nur Paint-Shop, was hier drauf ist. Also die ist krass. Boah, die ist echt irre. Motorized. Du guckst hier rein und hast hier einen Motor. Äh, Achtzylinder vielleicht. Da steht irgendwas drauf. V, ich weiß nicht, ob V8 oder V12 oder was da drauf steht. Die Turbo hinten auf jeden Fall. Die ist ziemlich fett. Für mich auch nicht bunt genug. Die wird aber sehr gut zu dem Skin passen, den wir gerade hatten. Zu der Scout, weil wir hier auch die roten Applikationen haben. Finde ich sexy. Also auch absolut geiler Skin. Absolut verdient im Spiel. Also was der hier gezaubert hat, dass es diesen Effekt hat, ist echt insane. Aber wir haben noch einen blauen. Und zwar die XM Autopumpe Iresumi oder Iresumi. Da haben wir eine Schlange drauf, was wir auf vielen Skins hatten. Und auch passend zu diesen Shotguns. Auch, ja, irgendwie ein passendes Pattern hier mit den Blumen drauf und so. Ja, es passt zur Waffe. Sagen wir es so. Ich finde es nicht so sonderlich schön. Ist nicht meine Farbkombination. Zur Waffe passt es definitiv. Sicherlich schön umgesetzt, das Artwork. Ja, ist okay. Ist nicht scheiße. Finde ich aber auch nicht super geil. Kann man machen. Aber die blauen Skins overall, finde ich, sind sehr gelungen. So, dann zu der witzigsten Waffe eigentlich. Die Glock 18 Block 18. Gestern habe ich im Stream eine Glock Fade aus Klemmbaustein gebastelt. Hört euch die mal an. Die kann sogar tatsächlich kleine Lego-Steine schießen. Habe ich im Stream gebaut. Und einen Tag später oder in derselben Nacht kommt ein CS-Update. Und wir bekommen auch eine Klemmbaustein-Glock ins Spiel. Und ich bin mir sicher, dass ich euch den auch gezeigt habe in meinem Prediction-Video zu Skins, die wir ins Game bekommen könnten. Ist mal was anderes. Ist eine witzige Waffe. Können uns die ja auch nochmal aus der Point of View angucken. Ich sehe gerade übrigens, dass meine FPS irgendwie auf 20 gecappt sind. Deswegen sorry, wenn es ein bisschen laggy ist. Aber sollte es für so ein Skin-Showcase-Video nicht so wichtig sein. Muss ich nachher mal gucken, woran das liegt. Ja, ist ein witziger Skin. Coole Idee. Witzig gemacht. Würde ich in Game jetzt nicht spielen. Aber wenn eine meiner Mates die sich jetzt holen würde und damit spielt, würde ich die mir auch sehr gerne mal angucken. Weiter geht's. Jetzt die erste M4. Die M4-A4 Edge Lord. Da muss ich gerade an Armin denken. Die gefällt mir nicht. Da haben wir auch wieder so eine Schlange hier vorne drauf. Die ist mir einfach zu schlicht. Da passiert zu wenig. Hier die paar orangenen Streifen. Hier irgendwas draufgekritzelt. Die finde ich extrem unspektakulär. Also die könnte für mich auch genauso gut ein blauer Skin sein. Ja, also für mich ist das fast eine Default-M4-A4. Also bei der verstehe ich es nicht ganz, warum die jetzt hier in den Lilanen gegangen ist. Bei mir ist gerade Alarm, wie ihr vielleicht im Hintergrund hört. Ja, weiß ich nicht. Also für mich bisher die hier von allen der schwächstes Kind. Für meinen persönlichen Geschmack. Aber es gibt sicherlich viele Leute, die das mögen, dass sie so schlicht ist. Dann ist es okay. So, dann machen wir weiter mit der 5-7 Hybrid. Auch in meinem Prediction-Video habe ich gesagt, wir haben wenige Lilane-Skins. Und wir haben hier schon wieder eine Lilane. Oben steht nochmal Dick-Hybrid drauf. Mit einem Chrom-Effekt. Ich glaube, das soll Chrom sein. Ne, nicht Chrom. Was erzähle ich? Carbon. Carbon war das Wort, was ich suchte. Das sieht so ein bisschen nach Carbon aus. Nichts super spektakuläres. Farbkombination mag ich aber sehr. Ist ein guter Lilane-Skin, meiner Meinung nach. Dann haben wir die MP7 Just Smile. Und das ist genau der Art oder die Art Skin, die ich selber nicht so mag. Das sind so Graffiti-Styles. Erinnert mich so ein bisschen an die Wasteland Rebel-Arcade zum Beispiel. Das ist so ein Skin, den Fibu wahrscheinlich feiern würde. Das ist so überhaupt nicht meins. Aber es gibt sicherlich viele Leute, die die cool finden. Bestimmt noch ein paar von euch im Chat, die sagen, für mich ist das der geilste Skin. Meins ist es nicht. Aber Geschmäcker sind ja bekanntlich verschieden. Die würde ich mir nicht holen. Vielleicht sogar, die würde ich mir noch weniger holen als die M4. Also mein Geschmack trifft das nicht. Dann machen wir weiter mit endlich mal einer knalligen, bunten Sort-of. Auf die Analog-Input. Die finde ich ganz cool. Ich mag hier diese rote Outline hinten, wenn man das so in der Hand hält. Sehr bunt. Ist jetzt natürlich kein sonderlich ausgefallenes Artwork. Aber ich mag hier den modernen Font. Die Schriftart da oben mag ich drauf. Das ist sogar vielleicht auch eine, die ich mir holen würde. Weil ansonsten finde ich ja wirklich nur, dass es die Sword of the Kraken gibt. Aus der Phönix-Kiste ist es, glaube ich. Urgebe mich, wenn es falsch ist. Die ich persönlich feiere. Ich glaube, ich würde noch immer bevorzugen, weil es halt einfach so ein Oldschool-Skin ist. Aber die würde ich sogar danach als weit coolsten Sword of Skin sehen. Also die mag ich persönlich. Die finde ich cool. Dann machen wir weiter mit der Black Lotus. Interessant für alle Magic the Gathering-Fans. Ich wette mit euch, dass Fibu sich die holt. Und wir haben die Black Lotus-Blüte hier auf dieser M4. Und auch wenn ich kein riesen Magic-Fan bin, ich feiere den Skin. Auch lila. Wie ich es gesagt habe in meinem Prediction-Video. Wir haben irgendwie wenige lilanes Skins drin. Und das ist genau die Farbkombi, die mir so gefehlt hat. Eine lilane Black Lotus. Mit einem schönen Artwork drauf. Schöne Reflexion. Mal gucken, wie sich die In-Game... Oh, jetzt am Model. Wie die In-Game aussieht, meine ich. Ja, ist geil, oder nicht? Guck mal, oh mein Gott, wie geil das zu meinen Handschuhen passen würde. Holy Shit. Zu meinen Pandoras-Box-Handschuhen ist das ja eigentlich die perfekte M4. Ja, auch geil. Auch ein schöner Skin. Was haben wir noch? Erster Zeus-Skin, den wir im Spiel haben. Zeus Olympus. Da haben ja sehr, sehr viele Skin-Maker angefangen, Zeus-Skins zu machen. Und der Kollege wird sich eine goldene Nase verdienen für dieses Design. Passt natürlich wie die Faust aufs Auge. Zeus Olympus. Wir haben hier einen Zeus drauf. Der hier mit seinem Stab seine Zeus-Attacke da macht. Ja, ist cool. Hab noch coolere im Workshop gesehen. Für meinen Geschmack. Aber als ersten Skin. Ja, ich denke mal, der wird schweineteuer sein am Anfang. Ich bin echt sehr gespannt, für wie viel die Zeus-Skins dann gehen. So nach zwei, drei Wochen. Wenn schon viele davon geunboxed wurden. Aber erster Skin, den holt man sich natürlich in Stat-Track. Ich denke mal, dass es Stat-Track geben wird, weil der hier aus einer Kiste ist. Aber die werde ich mir auch holen. Eine USP haben wir auch. Und die habe ich auch gezeigt in meinem Update-Video. Feier ich auch extrem super geiler Skin. USP Jawbreaker. Hier haben wir so einen Wolf drauf, der das Maul komplett aufreißt. Da steht Baby Doesn't Bite. Und hier steht Good Doggy drauf vorne auf dem Schalldämpfer. Ist insane. Insane krass. Hier nochmal mit so einer Kette hinten dran. Hier steht auch nochmal Baby Doesn't Bite. Ich finde den insane geil, den Skin. Den finde ich super geil. Den werde ich mir holen. Gucken wir uns mal an, wie der in der Hand aussieht. Da sieht man zumindest die Oberseite vom Artwork. Dann denke ich. Sag mal her, wenn man die festhält. Ich finde die geil. Die finde ich richtig geil. Die möchte ich mir irgendwann auch zulegen, wenn die Preise ein bisschen gedroppt sind. Dann ein ganz, ganz wilder AWP-Skin. Die AWP Chrome Cannon. Hier haben wir jetzt Chrome Optik. Ich habe sie ja gerade mit Carbon vertauscht. Und schaut euch mal diesen Effekt an. Das ist crazy. Ich weiß nicht, ob es mir ein bisschen zu viel ist, ehrlich gesagt. Gucken wir nochmal in der First Person, wie das aussieht. Weil das geht halt schon fast so ein bisschen Richtung Valorant-Skins. Also wie wild das aussieht. Vielleicht ist es nochmal anders, wenn man die dann in der Hand hat. Die Printstream sah ja auch immer krasser aus, wenn man die so gedreht hat als Ingame. Weil du ja nur einen bestimmten Winkel immer hast, wenn du die in der Hand hast. Du kannst sie ja nicht so rotieren wie hier. Ja. Also cool ist es. Aber für mich ist das dann so. Für mich ist es grenzwertig. Also diese ultra shiny reflektierenden Sachen. Irgendwann wird mir das, glaube ich, zu viel. Ich denke aber, dass die hier sehr, sehr viele Fans haben wird. Einfach weil das neu ist, weil das was ganz anderes ist. Ich glaube, die wird schweineteuer sein, die Chrome Cannon. Und dann haben wir noch eine. Die AK Inheritance. Die ich auch schön finde. Ich würde sie mir, glaube ich, nicht holen. Die wirkt sehr edel mit dem blauen Magazin und den goldenen Applikationen drauf. Das soll vielleicht ein bisschen Elfenbein hier auch sein. Das weiße. Ich finde die schick. Schauen wir uns die mal an, wenn man die inspektet. Ja, ist schon, also muss man sagen, ist ein schöner Skin. Trifft meinen Geschmack so zu 70 Prozent, würde ich sagen. Würde ich jetzt nicht zu meiner Wild Lotus. Ich würde nicht sagen, dass sie vor der Wild Lotus ist oder anderen Skins, die ich so hatte. The Empress finde ich noch immer cooler. Aber ist auch ein würdiger Skin für den roten Slot, finde ich. Also finde ich auch cool. Overall, wirklich, wirklich meiner Meinung nach eine sausausschöne Kiste. Mit geilen Community Items drin. Also da haben sich die Leute echt, echt, äh, haben sie echt ganz schön was rausgehauen. Das Knife, was wir dazu bekommen haben, ist das Kukri Knife. Das hatte ich euch ja auch schon mal gezeigt. Da kann ich euch vielleicht auch nochmal eins inspektieren. Hier mit den ersten Patterns, die wir aus den ersten Kisten bekommen haben. Also Slaughter, was noch dabei? Case Hardened ist dabei. Ähm, Fate haben wir, glaube ich, nicht dabei. Scorched, Night Stripe, Safari Mesh, Crimson Web, Blue Steel, Urban Mast, Stained Forest, D-Pad, Vanilla. Ja, ich glaube, Fate ist nicht dabei, zumindest steht es bei CS-Ghost-Stash nicht. Also eigentlich Slaughter, Vanilla, Case Hardened, Vanilla, Blue Steel, aber ansonsten, ja gut, Crimson Web noch, aber ansonsten echt viele Shit-Patterns drin. Night Stripe, Safari Mesh, Urban Mask, Stained Forest, D-Pad, Boreal Forest, also da sind schon echt viele Shit-Patterns drin. Also muss schon echt Glück haben, hier so einen Slaughter zu ziehen. Das hier hat jemand gezogen, das gibt es auf dem Steam-Markt, sogar mit Herz hier drauf, auf der Backside ist es aber, glaube ich. Das ist gerade gar nicht, wie rum das Cookie-Ingame gehalten wird. Wahrscheinlich doch so rum, oder? Bin mir gerade gar nicht sicher, ob das Play- oder Backside ist. Aber ich persönlich finde auch das Cookie-Knife cool. Irgendwann möchte ich auch eins davon in meiner Sammlung haben. Das ist die Kilowatt-Kiste. Lasst mich gerne mal wissen, was ihr davon haltet. Wie gesagt, Richtung Wochenende bin ich dann in Katowice, da werde ich dann nochmal ein Video aufnehmen, wo ich auch ein paar dieser Kisten aufmache. Ich mache Kisten ja nur noch zu Anlässen auf wie diesem. Es kommt eine neue Case, aber wie ihr wisst, habe ich jetzt schon, ja man kann eine letzte Kiste. Also seit der letzten Rapid-Lahn, ich glaube, ich habe jetzt auch fast ein Jahr keine einzige Kiste mehr aufgemacht. Aber zum neuen Anlass, neue Kiste, machen wir natürlich auch wieder ein paar auf YouTube auf. Lasst mich wissen, was ihr von der Kiste haltet. Und schaut euch gerne das neue Update-Video an. Link habt ihr dazu in der Videobeschreibung. Und dann sehen wir uns heute Abend hoffentlich wieder im Stream. Bis dann. Later.